Guten Morgen und Willkommen zurück zu Monospielt. Life is Strange. Ähm, hab das aber dann wieder ruhig gemacht, damit wir hier den Originalausgangspunkt wieder haben. So, jetzt wollten wir, glaube ich, aus dem Fenster. Ja, das Gefühl kenn ich. Da wollen wir uns mal den coolen Chill-Out-Plays angucken gehen. Ich hab jetzt mal bei den Einstellungen, ähm, die Videoeinstellungen auf ganz hoch HD gesetzt. Mal gucken, ob die Qualität am Ende besser ist. Sollte sie eigentlich. Ist das nicht so großartig, Sauce? Das hat mich total erinnert an, als wir Kinder waren. Komm schon, slowpoke! Hold on! Wo wir das Spiel angefangen haben, bei dem Sturm. Ich bin so klug. So können wir das jetzt lesen. Use caution on trail dangerous drop-offs. Oh, und der SMS. Ah, der war alles blaue Augen. Und er muss mit dem schrauben. Ja, das ist nicht so großartig. Aber für mich erinnert. Der schrauben kann das mit dem Spiel aufkommen, der schrauben kann. Wenn das nicht herrscht. Opa! Du bist so großartig, ich habe ja eine andere Linke. Schrauben kann ich zu überhalten. Ich habe das jetzt schon mal gekauft. Guck dasすごい altiges Text! Kann ich jetzt in die Hütte? Ja, was ist das? Es wird doch schon ein bisschen windiger hier, ne? Illuminati bestätigt. Es war ein Dreieck. Wo ist der Klo? Wo ist denn da der Leuchtturm? Schade, dass man unten die Schrift nicht lesen kann. Weil bei der 14 ist glaube ich der Bigfoot. Da ist sie ja. Die wird wahrscheinlich jetzt in den Sturm reingesogen und ist dann auch weg. Genau wie die andere. Ja. Du bist in eine gute Mühle. Versehen, dass meine Step-Dork gespielt wird, macht mich glücklich. Ich bin nicht so dumm wie du. Und David ist, in Wahrheit, eine Step-Douche. Entschuldigung, ich musste es erst einmal erleben. Du musst ihn mit ihm leben. Hat er immer so gewesen sein? Seitdem meine Desperate-Mam gespürt hat ihn in unsere Haus. Ich habe noch nie geglaubt, David. Er hat eine Frau gepflückt heute Morgen. Ich weiß sie. Er ist cool. Nur der Krick würde sie einfach zu beurteilen. Er hat einen gewissen Schlaf. Er hat viele Schlechte Daten. Rambo glaubt er noch, dass er entdeckte Anwesinteligen. Warst du ein Gehe? Ich wollte ihn, aber... ich habe ein Gäste in meiner Leben genug. Ich würde ihn rausfinden. Ich glaube, er hat ein bisschen ernstes Porn in da. Gut, dass er nicht so war. Er ist total ein Verwaltungsverwalt. Ich bin froh, dass es da spy cams in der Haus ist. Ich wusste, dass du nicht wusste. Chloe, deine Haus ist unter Verwaltungsverwalt. Was bist du? Es gibt Kameras all over der Haus. Ich habe es auf einem Monat in der Garage gesehen. Ich wusste, er ist so hella fucking paranoid. Ich werde das ein Geheimnis für jetzt. Manchmal ist es ein Blitz. Es ist kein Wunder, dass ich so schrecklich bin. Jeder in dieser Stadt weiß, dass jeder einen Geheimnis ist. Was ist Geheimnis für Nathan? Er ist ein Eliter, der schäuert schäuert mit dem Laxative. Und er hat mich mit einer Drogen in seinem Raum gebrochen. Was? Ich habe ihn in einem Schüthold bar, der mir nicht schraubt. Er war zu rief für den Ort und zu verabschieden, und er hat sich geflasht. Just sag mir, was passiert, Chloe. Jetzt. Ich war ein Idiot. Ich dachte, er war so blazed, dass es ein leichtes Spiel wäre. Du brauchst so viel Geld? In der Fall, ja. Ich verdiene viel Zeit. Und ich dachte, ich hätte genug für mich und Rachel, wenn sie aufstehen. Also, was für dich und Nathan? Wir sind in seinem Raum, in Blackwell. Wir trinken, und ich lacht, dass er das Richtig ist. Er war ein Schritt vor, und er hat etwas in meine Bier. Gott, Chloe. Ich kann nicht glauben, dass ich das. Ich meine, ich mache. Und dann was? Ich weiß, dass ich auf dem Boden fuhr. Ich wundere mich, und der Perf war schreit, schreit zu mir mit einer Kamera. Geh weiter. Alles war ein Blur. Ich versuchte ihn in den Ballen, und habe ein Lamp. Nathan freigte, also habe ich zu bum-rushen die Tür, und rausgekommen. Max, das war verrückt. Chloe, das ist so verdammt. Was hast du dann gemacht? Ich dachte, ich würde ihn bezahlen, um mich zu halten. Und er hat eine Schreitze. Das war Nathan's letzte Fehler. Er ist noch gefährlich, Chloe. Nicht nur für dich. Oh, schön, dass du den Prinzip verabschiedst. Ich fühle mich sicher schon. Ich werde nicht immer da sein, um dich zu retten. Du warst heute hier, Max. Du retten mich. Ich bin immer auf das. Ich habe schon so lange keinen Destiny mehr gespielt. Aber es hält immer das gleiche in dem Spiel. Und im Endgame ist es nicht. Ich weiß noch 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 nicht. Ich möchte eine Bombe auf die Erkatebein und drehen sie in ein Holz. Die Schreie sind nicht. Ich weiß noch nicht. Was ist noch? Oh, nein! Jetzt kann ich nicht! Warum ist das passiert? Warum bin ich hier wieder? Crazy! Is Chloe still up there? Wow! Habe ich mich gerade ersprungen? I have to rewind, now! Nehmen wir halt den anderen Weg! Jetzt ist gar kein Stein gekommen oder was? Komm, da kannst du doch drüberklettern oder drunterkriechen, stell dich mir nicht so an! Was? Aha! Interessant! Ich fühle mich, dass das Dough mich führt! Ich kann gar nicht laufen! Ich dachte, ich könnte während dem Zurückspulen laufen, das wäre cool! Hallo, kleines Geisteri! Ach, verdammt! Was ist das? Oh mein Gott! Der Tornado ist zurück! Und das Boot! Oh! Oh! Jetzt komme ich nicht weiter! Jetzt komme ich immer noch nicht weiter! Ach, jetzt geht's ganz schnell! Ah, okay! Auf! Lauf, 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 lauf! So! Erstmal schön Zeitung lesen! Oktober 11? Ist es Freitag? Das ist nur vier Tage weg! Oh nein! Der Tornado ist direkt nach der Stadt! Oh nein! Ich vermute mal vier Tage in die Zukunft! Chloe! Du bist hier! Ich bin zurück! Oh mein Gott! Das ist echt! Es ist echt! Oh Mann! Das tut mir leid! Max, was ist passiert? Du hast völlig verletzt! Ich habe es nicht verletzt! Ich hatte eine andere Vision! Die Stadt wird durch ein Tornado verletzt! Oregon bekommt ca. 5 Tornadoen alle 20 Jahre. Wir haben nur gezogen! Nein, nein! Ich habe es gesehen! Ich konnte eigentlich fühlen die Elektrizität in der Luft. Komm schon, ausdrücken! Okay? Chloe, ich bin nicht verrückt! Aber es ist etwas anderes, ich muss euch erzählen. Es ist etwas... Hardcore. Talk mit mir, Max. Ich hatte das gleiche Vision früher in der Klasse. Als ich rauskam, habe ich herausgefunden, dass ich die Zeit verletzt kann. Wie ich gesagt habe, nicht verrückt. Aber... High? Ja? Wie denkst du dir, dass ich dich in der Pfanne? By reversing time? Ja, sicher. Ich sah dich get shot, Chloe. Ich sah dich tatsächlich... ...die. Ich war able, zu gehen und drücken. Okay, ich sehe, du bist ein Geek jetzt mit einer großartigen Imagination. Aber das ist kein Anime oder Video-Games. Aber das ist kein Video-Games. Ich weiß nicht, was es ist ein 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 Video-Games. Das ist ein Video-Games. Das ist wie 80 Grad. Wie? Ein Klima-Games. Oder ein Wälder kommt. Max, start aus dem Beginn. Sag mir alles. Sag, 확 Mac. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das könnte lustig werden, aber mal gucken, wann wir dazu kommen Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode Macht's gut, ciao